Ja, und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück? So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt's solche Zufälle? Es war als... als ob etwas über uns wachte. Ja, wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieri's dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri ein Dollar machte, waren es bei Don Morello zehn. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis er wegsah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er taucht in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Habe gehört, auf den... ...hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Ja! Na, verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don... Don Morello! Ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden, der diesen Viertel mit deinem Seltenen in den Pott war, Joey? Nein. Und es... es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein. Nein, 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 Sir. Ich, äh... ich, äh... ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun... ...die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Kurs... So. Die glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles ein Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische. Aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Tommi, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja, ja, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tunichtgut. Kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bade um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen. Nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von dort zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralf meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste Schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unerfindbar. Morello hat ihn irgendwo weggespart. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralf kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen? Du Zeit hast? Kein Problem. Lässt dich dein Paps zum Rennen gehen? Soll das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken und zur Tribüne verfrachten. Das sind dann fünf, sechs zusätzlich zu denen, die bereits hintergeht. Hey Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas knetet, zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist da noch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter den Giuliano Bridge. Er wird's naja, etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bring ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um zwei und der nächste Typ ist ein Arsch. Oh, hey. Wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Danke, gut zu wissen. Danke, gut zu wissen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzukabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen hab. Okay, da wären wir. Hier ist der. 1929er Carussella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um halb zwei von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Das war's. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Du bist zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide zwei Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Meinen Spanns. Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morelos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte. Was? Frank, ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja. Okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Und du musst du nicht anpassen. Man rigorous ist das.